Mit diesem Beitrag zur Pauschal-Lotierten-Unterstützungskasse möchten wir Ihnen die Pauschal-Lotierte-Unterstützungskasse in wenigen Worten in ihrer Wirkweise und im Zusammenhang kurz erklären und darstellen. Die Pauschal-Lotierte-Unterstützungskasse ist seit jeher ein Innenfinanzierungsinstrument. Es ist ein Instrument zur Versorgung der Mitarbeiter mit gleichzeitiger Wirkung der Innenfinanzierung. Früher war es noch so, dass hauptsächlich das Thema Steuersparnis im Mittelpunkt stand. Bei Steuersätzen von 60% war natürlich die Steuersparnis ganz gewaltig. Derzeit haben wir keine Steuersätze von 60%. In Kapitalgesellschaften haben wir immer noch Steuersätze von 30%. Aber jetzt ist das Thema Steuersparnis immer noch wichtig, bei weitem jedoch nicht an erster Stelle. Es geht im Wesentlichen darum, Liquidität nicht mehr aus Steuern, sondern aus der Entgeltumwandlung zu generieren. Mitarbeiter verzichten auf Teile ihres Entgeltes. Der Arbeitgeber macht eine Zusage in Höhe von 2,5 oder 3% auf die umgewandelten Beträge, gerne auch nur 2%. Und der Mitarbeiter erhält dafür eine Rentenzusage, in der Regel mit Kapitaloption. Aus Arbeitgebersicht ist dies nicht mehr als ein Mitarbeiterdarlehen zu einem sehr geringen Zins, als ein Mitarbeiterdarlehen mit einer sehr langen Laufzeit und als ein sicherheitenfreies Mitarbeiterdarlehen. Das ist gegenüber Bankfinanzierung natürlich ein ganz erheblicher Vorteil. Der Mitarbeiter hat dadurch keinen Nachteil. Der Mitarbeiter hat kompletten Schutz durch den Pensionssicherungsverein, der komplett dafür haftet, Konsortium aller Versicherer, Rückbürgschaft durch die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, kompletter Schutz für den Mitarbeiter. Der Mitarbeiter ist dann auch wesentlich besser gestellt als bei einer Mitarbeiterbeteiligung, bei Mitarbeiterbeteiligungsmodellen, das ebenfalls den Effekt der Innenfinanzierung erfüllt. Häufig werden in der Praxis auf dieses Instrument Arbeitgeberfinanzierte Komponenten ergänzt. Arbeitgeberfinanzierte Komponenten rechnen sich zu einem großen Teil durch die Steuersparnis. Natürlich nicht komplett. Ohne Fluktuation reicht die reine Steuersparnis nicht, um den komplett arbeitgeberfinanzierten Anteil auszufinanzieren. In Verbindung mit dem arbeitnehmerfinanzierten Anteil ist eine Ausfinanzierung jedoch leicht möglich, wenn man von durchschnittlichen Zuschüssen von 50 Prozent auf den Entgeltumwandlungsanteil ausgeht und vielleicht eine Rendite unterstellt, die ungefähr ein Prozent höher liegt als die, die in der Entgeltumwandlung zugesagt wurde. Der arbeitgeberfinanzierte Teil trägt zum Schluss natürlich dazu bei, um den arbeitnehmerfinanzierten Anteil zu fördern. Das heißt, mit einem Zuschuss motiviert der Unternehmer, dem Arbeitnehmer, Entgeltumwandlung zu betreiben und vielleicht mit 20, 50 oder 100 Euro mehr als ursprünglich geplant Altersversorgung vorzunehmen. Und dies führt auch zu den erheblichen Liquiditätszuflüssen in der pauschalnotierten Unterstützungskasse und letztendlich auch im Unternehmen. Und vielleicht hier eine Größenordnung zu geben bei einem Unternehmen in einer Größenordnung von vielleicht 20 Mitarbeitern, beträgt der Liquiditätsüberschuss in einer pauschalnotierten Unterstützungskasse bei durchschnittlich eher bescheidener Teilnahmequote rund 500.000 Euro. Einkalkuliert ist die Liquidität aus der Entgeltumwandlung und natürlich die gesamten Steuervorteile aus dem Steuersystem betreffend arbeitnehmerfinanzierten, betreffend arbeitgeberfinanzierten Anteil abzüglich aller denkbaren Kosten von Einrichtung, von Verwaltung bis hin zum PSV-Beitrag. Ja, das sind die wesentlichen Komponenten, die eine pauschalnotierte Unterstützungskasse ausmachen. Die Vorteile, die sich im Endeffekt ergeben für den Mitarbeiter, Verzinsung ab den ersten Euro bei vollem Insolvenzschutz für den Unternehmer, kein Liquiditätsabfluss, hohe Zusagen einem Mitarbeiter mit dem Effekt der Mitarbeiterbindung, der Fach- und Führungskräftegewinnung, was häufig in letzter Zeit als eines der Hauptthemen genannt wird. CSR, Corporate Social Responsibility, soziale Verantwortlichkeit ausleben, das heißt Mitarbeiter zur Umwandlung, zur Altersversorgung zu animieren, wir haben durchschnittlich 80 bis 100 Prozent Teilnahmequote in Unternehmen, in kleineren eher 100 Prozent, in größeren Unternehmen mit teilweise auch mehreren 100 Mitarbeitern immerhin noch 80 Prozent, was auch die große Bereitschaft der Mitarbeiter zeigt, hier einfach was zu tun. Im Vergleich zur Versicherungsgesellschaft schlichtweg kein Kapitalabfluss, kein Liquiditätsabfluss. Das Geld bleibt im Unternehmen, das Geld bleibt auch bei Anlage immerhin als Liquiditätsreserve im Unternehmen. Im Vergleich zur Versicherung, das Geld ist endgültig abgeflossen, es ist weder beleihbar noch zurückholbar. Wenn erst einmal die Wirkweisen und die Möglichkeiten, auch die individuellen Betriebsversorgung und Gestaltungsmöglichkeiten verstanden werden, wenn ein Partner gefunden ist, der die komplette Flexibilität ausleben kann und der die individuellen Anforderungen, die individuellen Wünsche des Unternehmers berücksichtigen kann, sei es, dass er die Betriebstreue belohnen will und jedes Jahr beginnend mit 2 Prozent oder alle fünf Jahre beginnend mit 2 Prozent 0,25 Prozent die Verzinsung erhöht, um gerade in jüngere Mitarbeiter zu binden, um gerade eine Bindungsentwirkung zum Schluss zu erreichen, dann stellt es wirklich ein Instrument dar, das sowohl personalpolitische, steuerpolitische, finanzwirtschaftliche Probleme zu lösen vermag und wirklich zukunftsweisende Gestaltungen im Unternehmen auslösen kann. Mehr dazu finden Sie in den anderen Beiträgen hier bei YouTube oder auch in der Gruppe Pauschalnotierte Unterstützungsgasse bei Xing, bei der Sie alle denkbaren Fachfragen stellen können und zu fast jeder denkbaren Frage bereits eine Diskussion oder auch eine Antwort gegeben ist. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.